Guten Abend, beim Wetter ja sonnig und sehr mild wird es am Wochenende und sehr mild war es ja eigentlich heute schon. Nämlich im Süden in Deutschlandsberg und in Villach, da hatten wir heute 15 Grad. Ganz anders als im Norden, da war es recht kalt, aber das ändert sich morgen, denn es wird überall morgen milder. Wir starten aber etwas mit etwas Nebel in den Tag. Nebel lichtet sich dann rasch und dann scheint einmal sehr rasch die Sonne, nur nicht ganz ungetrübt. Es begleiten uns immer ein paar Wolken durch den Tag und es wird mild. Die Temperaturen liegen am Nachmittag bei sieben bis 13 Grad. So ein ähnliches Bild haben wir dann auch am Sonntag in den Niederungen. Etwas Nebel, tagsüber viel Sonnenschein, Temperaturen liegen um 13 Grad, auch schon sehr mild. Am Montag scheint zunächst einmal die Sonne nach und nach, werden aber die Wolken immer dichter. Gegen Abend kann es dann im Westen auch etwas regnen und die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad und somit extrem mild. In der Nacht auf Dienstag folgt dann die Kaltfront. Das bedeutet, es wird unbeständig, aber die Temperaturen sinken leicht. Trotzdem bleibt es mild und das zeigt uns der 15-Tage-Trend für Innsbruck. Hier haben wir den Temperaturanstieg am Wochenende und in der Nacht auf Dienstag geht es mit den Temperaturen eben bergab. Aber die Werte liegen weiterhin im überdurchschnittlichen Bereich. Also es bleibt weiterhin recht mild. Genießen Sie das Wochenende. Hier geht es weiter mit der ZIP 20. Schönen Fernseher mit ORF 1.